Yo, hier ist wieder Danz218 und das hier ist Danz218Tube mit einem neuen Video. Dieses Mal geht es hier um Winx.io. Dieses Mal zeige ich übrigens ein Mikrofon. Okay, und jetzt würde ich mal sagen, let's... Warte. Vollbild, nice. Also gut, los geht's. Wenn man PC nicht so hängen würde, scheiße. Ja, mein verdammter PC hängt ja auch, Mann. Also das Ding hängt gerade bei mir voll. Ich bekomme gar nichts mit. Verdammt. Da nochmal. Ja, okay. Mieseste Runde ever. Nein. Okay. Also da, da konnte ich hole IO ja so viel als noch besser. Nein, Mann. Nein. Verdammt. Oh, Mann. Ha, jetzt geht's schon mal besser ab hier. Nein. Verdammt. Was soll das? Was soll das? Nein. Alter. Hallo? Oh, verdammt. Was? Okay. Ah, okay. das wiederum kacke wie immer 6 runden noch 5 4 3 ok das gefällt mir ist 2 1 so leute das war es mit diesem wirklich sehr kurzen video ich muss jedenfalls sagen wahrscheinlich werde ich kein wenig mehr zocken nein mein pc hängt sich da einfach auf und es ist schlecht also jedenfalls das war's mit dem video bis zum nächsten mal falls ihr dieses kurze video gefallen hat lasst ein leichter wenn euch meine anderen videos gefallen könnt ihr auch meinen kanal abonnieren ihr wisst schon kanal denn zwar sagt jub und ja bis zum nächsten mal